Hättest du auch gerne eine tragbare Waschmaschine für Polster, Möbel und andere Sachen, die du nicht in die Waschmaschine stecken kannst? Dann ist der YouWant B100E genau das Richtige für dich. Ich habe diesen zur Verfügung gestellt bekommen und möchte ihn dir in diesem Video vorstellen. Du findest den Link zu dem Gerät unten in der Videobeschreibung. Unter dem Gerät haben wir hier vier Räder, dadurch kannst du es bequem hin und her schieben. Außerdem haben wir hier einen Frischwassertank, der ein Fassungsvermögen von 1800ml hat, sowie einen Schmutzwassertank, der ein Fassungsvermögen von 1600ml hat. Was er wirklich alles kann, zeige ich dir gleich noch. Hier unten am Gerät können wir dann den Schlauch anschließen. Dieser ist natürlich im Lieferumfang enthalten und sieht so aus. Dieser wird hier einfach reingesteckt und kann so natürlich auch jederzeit einfach wieder herausgesteckt werden. Dann haben wir dazu noch die Bürste, mit der wir wirklich alles sauber machen können. Die stecken wir jetzt hier auf die andere Seite unseres Schlauches. Das Gerät hat auch eine Autoreinigung, die ich dir später im Video noch zeigen werde. Doch wir können die Kappe hier oben natürlich auch abnehmen, um das Ganze so nochmal per Hand reinigen zu können, wenn wir es dann möchten. Hinten am Gerät können wir noch so ein kleines Teil anbringen, wo wir den Schlauch dann jederzeit einhängen können, damit auch wirklich immer alles beisammen ist und nicht wild in der Gegend herumfliegt. Hier unten finden wir außerdem das Netzkabel, welches wir herausziehen können. Es ist 5 Meter lang und durch einen Knopfdruck können wir das Ganze wieder hereinziehen lassen. Ähnlich wie du es bei einem Staubsauger kennst. Hier oben haben wir dann außerdem noch eine kleine Schublade, wo bei Lieferung ein paar Reiniger mit inbegriffen sind. Wir haben hier drei verschiedene Reiniger, die mit dabei sind. Und zwar einen für die Tiefenreinigung. Dann haben wir außerdem noch einen gegen Milben. Und einen weiteren speziell zum Reinigen von Textilien. Ein kleiner Messbecher ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, mit dem wir unseren Reiniger hier einfach hineingeben können. Wir füllen jetzt also den Frischwassertank, schließen das Gerät an den Strom an und dann können wir es hier unten einmal ein- und ausschalten. Und wir können auch die Power einstellen. Es gibt zwei verschiedenen Modi. Einmal die normale Modi und dann noch den Saugkraftverstärker, wo wir mit einer höheren Saugkraft reinigen können. Wenn wir am Knopf an unseren Griff drücken, kommt hier Wasser unten heraus, im Gemisch mit unserer Reinigungslösung. Dieses können wir jetzt zum Beispiel auf einen Fleck auftragen oder einfach nur irgendwo, wo wir etwas reinigen wollen. Bei meinem Sofa kannst du jetzt hier sehen, dass tatsächlich schon wirklich schmutziges Wasser nach oben gezogen wird, beziehungsweise hier auch wirklich einiges an Dreck vom Sofa runterkommt. Obwohl mein Sofa jetzt keinen direkten Fleck hat, den man sehen konnte. Solche Dinge werden natürlich mit der Zeit auch immer schmutzig und sollten mal gereinigt werden. Nur das Sofa passt eben nicht in die Waschmaschine. Und genau dafür ist der YouWant B100E das perfekte Produkt. Ich kann damit jetzt bei Bedarf mein ganzes Sofa reinigen. Hier wird das Wasser versprüht mit einer Reinigungslösung und dann wird das Ganze wieder abgesaugt und ist danach sogar schön trocken. Das heißt, wir haben hier nicht einen großen feuchten Fleck, der übrig bleibt. Und so kannst du auch deine Stühle, die gepolstert sind, ganz einfach damit reinigen. Und das funktioniert natürlich auch bei wirklich stark verschmutzten Dingen, wo wir regelmäßig irgendwelche Flecken oder Schmutz drauf haben, wie zum Beispiel Fußmatten. Auch wenn diese zu groß sind für die Waschmaschine oder nicht in die Waschmaschine gesteckt werden können, können wir sie hiermit wirklich optimal reinigen. Doch wenn du jetzt nicht einfach nur etwas richtig schön sauber machen möchtest, sogar direkt Flecken auf irgendeinem Polster, auf dem Sofa oder einem Teppich hast, auch dann ist der YouWant B100E das perfekte Produkt. Denn auch hier sprühen wir den Fleck ein wenig ein und lassen das Reinigungsmittel erst einmal kurz einwirken. Und dann können wir auch schon damit starten, das Ganze hier wieder wegzusaugen. Und wie du jetzt bei diesem schon stark eingetrockneten Fleck sehen kannst, muss ich nur einige Male rüber gehen und schon ist der Fleck am Ende wirklich komplett weg und mein Teppich ist wieder richtig schön sauber. Durch die visuelle 4 in 1 Reinigung bekommen wir wirklich jeden Fleck aus unseren Polstern und Stoffen wieder heraus. Hier haben wir Hochdrucksprühen, Waschen, Schruppen und Absaugen und das alles in einem Gerät. Wie du hier sehen kannst, ist der Fleck jetzt wirklich komplett verschwunden und mein Teppich sieht wieder richtig schön aus wie neu. Wenn du jetzt fertig mit dem Gerät bist, kannst du das Auto-Cleaning aktivieren. Dafür drückst du hier unten auf die Fläche mit der Hand und drückst unten den Knopf Auto-Cleaning. Und dann kannst du sehen, wird hier einiges an Wasser durchgezogen, was jetzt dafür sorgt, dass das ganze Gerät auch von innen wieder richtig schön sauber wird. So müssen wir es am Ende nicht mal wirklich reinigen. Ein weiterer Anwendungsbereich wäre die Matratze. Denn jede Matratze sieht nach einiger Zeit nicht mehr so schön aus und hat hier und da auch mal kleinere Verschmutzungen. Doch auch die bekommen wir wunderbar sauber mit dem YouWant B100E. Auch hier sprühen wir das Ganze wieder ein, wischen einige Male drüber und danach sieht die Matratze wieder richtig schön aus wie neu und die Flecken sind tatsächlich komplett verschwunden. Sicherlich fallen dir auch noch viel mehr Dinge ein, die du mit diesem Gerät sauber machen kannst. Schreib sie mir doch gerne einmal unten in die Kommentare. Wie du jetzt bei mir sehen kannst, kommt hier wirklich schon eine wirklich eklige Brühe heraus, die wir abgesaugt haben. Du kannst deine Wohnung so also deutlich sauberer bekommen, wenn du es denn möchtest. Ich verlinke dir das Produkt wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Schau es dir auf jeden Fall einmal an, wenn du Interesse daran hast, auch deine Möbel und Polster, die du nicht in die Waschmaschine stecken kannst, mal wieder richtig schön reinigen zu können. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.